So Leute, willkommen zurück beim Let's Play GTA San Andreas Part 5 oder 6, ich weiß es jetzt nicht mehr. Letztes Mal habe ich einen so schönen klassischen Fail gemacht, dass ich erstmal zurückgelaufen bin und jetzt beginnen wir nochmal mit derselben Mission. Ich kloppe mich durch den Hut. Ich hab mir jetzt vorspürt, ihr könnt ja selbst alle Videos sehen, alle Videos immer noch sehen, die wir auch in den Linken sind. No wonder die Fans nicht auf euch, apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly, Rollstreet don't bang no more. Yeah, just get blown, for show. So, weiter geht's. Dann fahren wir mal jetzt, wie unser Kumpa auch gesagt hat, erstmal ein bisschen durch die Gegend und suchen uns ein paar Dealer. Dann kannst du es noch nicht suchen. Ey Leute, Leute. So, mal jetzt speziell gucken, gibt es hier noch andere Bullenwagen, die jetzt kommen? Ich will mich ja nicht sofort mit den Bullen anlegen. Dann komm her, nach hinten mit dir, du. Ab nach hinten. Ja, komm mal her, Kollege. Oh, sorry, Partner. So, schön, erst mal zusammenge... Verbrücke dieses Spaß. Ey, grab hold of that bat over there. Unser Auto steht... Mann, we on a serious mission now. 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 Hey, Busch, hau ab. Hallo, wir müssen immer dieses Fang-E-Torten. Hallo, wir müssen immer dieses Fang-E-Torten. So, eingestiegen, jetzt geht's weiter zu meiner Pale-Adresse. So, let's get there right now. You think that's bull? Sorry, Kollege. Na ja. Hopp, der kommt nicht hinterher. So, mein Freund. Hallo, ihr Motherfucker. Jetzt gibt's einen Puff-die-Fresse-Macka. Ninja, diese Motherfucker. Idioten, mal weitergucken. Was haben wir denn nochmal jetzt hier? Get out of my way. Pack Drogen-Junks. Naja. Weiter geht's zurück. Raus aus dem Haus. Wir fahren nach... ...Haus. Rasse, rasse. Ja, das war gerade geiler. Ja, ha, ha, ha. Rasse in the silence of victory, Motherfucker. Motherfucker. So. So einfach geht's. Und ich schieße mich herum, ey. Ist das so unverwürdig letztes Mal gewesen. Naja. Now that the base ain't getting pushed up in their faces. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now for sure, though. Later, Homie. Ja, Homie. Bis wieder. Yeah. Perf-fect. Ich gehe mal kurz speichern. Und dann mache ich direkt mit der nächsten Mission weiter. Naja. Zack. So. Zwei Uhr. Fünfunddreißig. Sechunddreißig. 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 Achtung. Ach, egal wie spät es ist. Weiter geht's, meine Leute. Leute. Ja, ich rufe. Das hat. Was ich noch ein bisschen flach. Das ist das. Ja, was ich ruhig? Ja, ich rufe. Oh, ich rufe. Ach, ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ja, ich rufe. Karl, du bist ein wenig fach. Du musst du sein. Ja, ich rufe. Ich rufe. Was, du Chris. Ich rufe. Kacos? Ja, ich fahre und fahre und fahre und fahre und hab gleich Probleme. Denn die letzte Mission war nicht die erste Mission, wo ich gefehlt habe. WAH! Schön! Schön! Das war jetzt, wie schon gesagt, nicht die erste Mission, die ich gefehlt habe. Bei meinen anderen Spielen, die ich jetzt schon fahre, bin ich schon 7.328 Mal in dieser Scheiß-Mission gezeichnet. Naja, jetzt klappt das. So. Und bevor es jetzt weitergeht mit der Mission, äh, bruch ihn mal kurz ab. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann!